Sie wollen das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Wir wollen mehr Länder auf der Welt gewinnen, das Grundrecht auf Asyl zu gewähren. Partnerschaften, damit Menschenrechte ausgeweitet werden. Das ist der richtige Weg. Und wenn Ruanda da dabei ist, dann sind Sie herzlich eingeladen. Und wenn wir dabei helfen können, dann machen wir das natürlich sehr gerne. Mehr Menschenrechtsschutz durch mehr Länder, die Asylrecht anbieten. Das ist ein guter Weg. Dann wollen Sie das Asylrecht nicht nur abschaffen, sondern durch Kontingente ersetzen. Rechte abschaffen, Almosen geben. Ich kann Ihnen für die Sozialdemokratie versichern, seit 160 Jahren arbeiten wir für die Rechte von Menschen, für Menschenrechte, für Arbeitnehmerrechte, für Frauenrechte, für Kinderrechte. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Und mit Almosen werden wir uns nicht zufrieden geben.